Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Rosemarie und ich habe heute das Zwischwander-Paket für euch. Ja, das ist einmal dieses schwere Paketchen. Ganz schon ein bisschen schwer. Ja, wir werden das jetzt zusammen auspacken. Ja, so und wir legen gleich mal los. So, zuerst habe ich hier ein Cappuccino von Mund der Land, Münsterland. Hier sind 250 Mehliter drin. Das ist einmal das hier. Stärke 2 ist da von 3. Köstlicher Kaffee kombiniert mit bester Milch. Okay, das werde ich einmal rausnehmen. Das möchte gerne mein Freund gerne haben. So, dann habe ich hier etwas zum Naschen mit drin. Von Patisserie. Kuchen gefüllt mit Apfel. Das ist einmal das hier. Das gute Stück. Die werde ich mir auch auf jeden Fall rausnehmen. Hier sind 300 Gramm drin. So und solche kleine Apfelkuchen sind das hier. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück drin. Genau. Dann kam hier auch noch etwas zurück von mir. Das ist einmal dieses Bild hier. Genau. Wollte keiner. Ist ja nichts schlimm. So, dann habe ich hier noch von Krüger Familie Cappuccino Schoko drin. Das hier. Einmal das hier. Hier sind 500 Gramm drin. Das kann man hier mit Wasser füllen. Also in eine Tasse reinmachen und mit Wasser hineinlegen. Genau. Also Kaffee und Schoko ist jetzt hier drin. Genau. Das werde ich mir auch auf jeden Fall rausnehmen. Mein Freund liebt nämlich Schokolade, Cappuccino. So. So. Dann habe ich hier noch was von Max & Moor. Die Miso Miso Clipstick Kollektion. Das sind einmal die hier von Action Sinders. Lippenstifte. Ja. Hier sind jetzt nur noch drei Stück drin. Ja, aber die... Ich hole es mal kurz raus. Mir gefällt die Box sehr schön. Ja. Ähm. So. So hier. Das sind sehr, sehr dunkle Farben. Mehr bräunliche Farben. So. So sehr dunkelbraun. Aber mir stehen leider keine Brauntöne so extrem. Deswegen... Hups. Werden sie weiter wandern. Genau. So. Diese schöne Box. Die ist auch schön, richtig schön magnetisch. Also wenn ihr die Box, die... Die das hier gehört und die Box braucht sie nicht mehr, dann würde ich sie gerne benutzen, die Box. Da habe ich nämlich schon eine Idee, was ich damit machen würde. Mit der Box. Da habe ich nämlich schon einen Plan. So. Dann kam hier einmal meine Hose zurück. Die ich mit reingelegt habe. So. Dann habe ich hier noch etwas von Salsa Dip. 315 Gramm. Medium ist das hier. Das sind hier für Chips zum Reindippen. Medium. Ist auch nicht zu scharf. Auch nicht zu süß. Hier hinten ist die Stärke. Zwei ist genau richtig. Ja. Weiß ich noch nicht genau. Lege ich jetzt mal auf den Vielleicht-Haufen. So. Auf den... Ups. Es kommen hier. Auf den Vielleicht-Haufen. Dann habe ich hier noch so etwas. Da kann man auch Töpfe reinlegen. Blumentöpfe. Aber ich werde das, wenn es klappt, meine Pinsel reinlegen. Das ist nämlich richtig schön. Auch schön grün. Lege ich jetzt mal auf den Vielleicht-Haufen, weil ich muss gucken, ob das in den Regal bei mir unten reinpasst. Weil ich habe ja nur solche kleinen Regale unten im Bad, weil ich habe ja nur ein ganz kleines Bad. Ja. So. Dann haben wir hier noch eine Pappen... Pappel... Laterne... Laterne... Laterne in Lila. Ohne Stecker. Mit Paderin sind die hier. Die werde ich mir auch vielleicht rausnehmen. Würde ich meine vielleicht für den Garten... Wir haben ja einen Garten. Und da könnte die vielleicht mit dran passen. Da würde ich erst mal meine Mom fragen, weil wir ja den Garten zusammen haben. Was die dazu sagt. Genau. So. Dann haben wir hier noch von... Piat... 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 Was ist das? Ein Revolution... Reval... De Lug... Das ist ein Matplu... Plasch. Ein Plasch. 100... Äh... 10 Gramm sind hier drin. Ich zeige es euch mal. Sieht richtig schön aus und wenn ihr das öffnet, wie ein kleines Herzchen. Richtig schön, oder? Das ist ein Plasch. Hat aber leichte Risse schon drinne. Ich weiß nicht, ob die schon drinne waren. Wenn ihr das seht. Wenn ihr das seht. Könnt ihr jetzt sehen. Könnt ihr glaube ich gar nicht so extrem sehen. Mh... 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 Sieht schön aus. Mh... 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 den vielleicht kaufen muss ich erst mal gucken ich brauche nämlich welche aber ich muss gucken ob das die gleichen sind weil ich gerne die so einheitlich haben möchte für die türe lege ich erst mal auf dem fleischtaufel dann haben wir hier noch etwas zu essen drin von kuchen kanzen kokos kuchen das sind die anderen diesen auch sechs stück drinnen die gehen aber weiter dass die anderen mädels auch ein bisschen was zum naschen haben so dann habe ich hier noch rival ein mic aus london wie die highlighter ein highlighter ist einmal der hier matt lidsch und schuldigung ein highlighter im markt über den markt aufkriege an die das zugeklebt okay der wäre jetzt nicht aufgehen dann lassen wir den zu aber nicht der geht weiter so dann haben wir noch von alvira skinkau 24 stunden moisture creme fresh creme hydratant fiesack 24 stunden feuchtigkeit spendende gesichtscreme creme klingo von alvira lege ich mal auf den vielleicht haufe dann haben wir noch hier von bio vegan gegen food 55 gramm sollen hier drin sein tage pflege a ok hier drüben steht es auf deutsch ist vegan tage pflege mit lsv 10 also mit lsv 10 also mit lichtschutz alle hauttypen tage pflege ich lege die mal mit auf dem vielleicht haufen klingt interessant dann habe ich hier noch etwas mit gel bern piflege bern piflege pinne piflege Gucken wir mal nach hinten. Powerful natural. Lavend. Das hier werde ich erstmal nachgucken, was es genau ist. Das werde ich mir jetzt nochmal kurz nochmal nachlesen. Und dann habe ich hier noch einen von Catrice. Einen Lippenstift in matt. Der hier geht aber weiter, weil ich den schon habe. Genau. Dann haben wir einmal hier einen Lippbalm. Ups, der wollte nicht mehr. Der wollte echt nicht mehr. Das ist einmal der hier. Den habe ich aber schon. Der ist richtig gut, finde ich. Also ich finde den in Ordnung. Acht Gramm sind hier drin. Der ist toll. Der ist bei mir auch schon fast alle. Aber ich habe noch ein paar. Die muss ich erstmal alle machen. Bei mir halten Lippenpflege fast ein ganzes Jahr. Oder zwei Jahre fast. Lippenbalsam Apfelpflege und schützt die Lippen. Achtung. Ist aber ein schönes Produkt. Geht aber weiter. So, dann habe ich hier noch für den perfekten Zopf Pony Poofing. Einmal das hier. Das von vorne. Kann man da mal reingucken. Ich gucke einfach mal rein. Ob das jetzt so ein großer Push-Ding ist. Oder was das jetzt auch sein soll. Wartet mal. Ah, das legt man rein. Okay. Topf alles mit drin. Schritt für Schritt. Anleitung und Haargummi im Inneren. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht so ganz. So. Dann habe ich hier noch etwas. And Metix Power Max Streifen. Enthaarungsstreifen für Augenbrauen. Die hier gehen aber weiter. Was ist da noch schönes drin? Oh. Von Fix und Rouge. Ein Claritier. Einmal das hier. Was ist das jetzt genau? Vegan. Und so. So. Steiner. Please. Ging. Kaum. Fix und Rouge. Aus. Aus es sind. Mal. Aus es ist. Aus es ist. Auch. Aus es ist. Er hat es einen, Einmal das hier, das sieht aber richtig schön aus, das ist vegan, 30 ml sind drin, ganz schön kleingeschrieben. Skin Perfektion, Revitalize, ein Refining Serum. Klingt spannend, ich lege mal auf einen Vielleichthaufen. Ich muss das mir nochmal komplett angucken, nochmal in Ruhe durchlesen, alles nochmal. So, dann haben wir hier noch ein paar Gummibärchen von Katjes, Wunderland, sauer, ohne tierische Gelatine. Einmal die hier mit so einem ganz schönen Pferd in grün-gelb, sieht schön aus. 200 Gramm sind hier drin, aber die geben weiter. Genau, die werden weitergeben. Dann habe ich hier etwas für Männer von Adidas, Antiperspirant. 48 Stunden, 50 Gramm sind drin. Ja, riecht gut. Müsst euch fragen, ich lege es erstmal auf einen Leichthaufen. Papier erstmal weg, das ist nochmal drin. Ne, das gibt auch noch. Dann habe ich hier noch ein schönes, ganz schönes Herz. Dekohänger, Anhänger. Ich überlege gerade, wo ich das hinhängen könnte, am Fenster. Das lege ich mal auf den Vielleichthaufen. Oder auch vielleicht den Garten schön aufhängen. So, dann habe ich hier noch von Kocastam. Die mal kann ich überhaupt gar nicht. Ein Food Peeling Pack. Also bestimmt so eine Fuß Peeling Maske. Soweit für die Füße. 90 Minuten. Da steht bestimmt noch auf Deutsch hier drauf. Food Peeling Pack. Peeling Pack für trockene Füße entfernt abgestorbene Hautzellen. Für weiche und geschmeidige Füße. Okay. Ich lege es mal auf den Vielleichthaufen. Das klingt interessant. So. Dann habe ich hier noch etwas für vier Bogen. Acht. Vier mal acht Blätter. Vorteilspick. Mottenpapier. Mottenpapier. Was ist das hier? Ist das hier? Zuverlässig Schutz vor Kleidermode. Einmal das hier. Geht weiter. Dann habe ich hier noch für Rosemarie G. Heike. Das ist glaube ich ein Geschenk. Danke liebe Heike. Die Augenpads finde ich wirklich gut. Also sind wirklich gut finde ich. Dankeschön liebe Heike. So. Dann habe ich hier noch etwas zum... So meine Lieben. Hier habe ich noch eine Geschenktasche Achter Set drin. Einmal das hier. Ein Geschenkset. Vielleicht hier so ein Band. So solche Karten zum drauflegen. So was hier. Das muss man dann zusammen machen dann. Sieht nicht schlecht aus. Schönes für den Frühling. Schönes für den Frühling. Ne. Das wird weiter wandern. Ähm. Haben wir hier noch schönes drin. Hier steht noch... Warte mal. Ich kann das nicht ganz lesen. Zack. kurz aufmachen. Hier steht für jeden ein Haarmaske und eine Schmink... Schminki. Bussi Steffi. Okay. Wollen wir mal gucken. Hier haben wir das von Schwarzkopf. Kliskor in rosa. In schwarz. In schwarz. Mh. Mh. Dann in... Gold. Oder gelblich. Und dann hier in weiß. Ähm. Muss ich nachher gleich mal gucken. In Ruhe. Intensive Kur. Ähm. 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 Was nehme ich denn? Trockene strapaziertes Haar. Trockenes. Hm. Ich überlege gerade von den beiden werde ich bestimmt eine nehmen. Aber... werde ich mir nachher noch meinen Kot in Ruhe durchlesen. Auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch eine Nagellack. Eine Spitze. Für groß und klein. Dann haben wir hier noch einen Nagellack. Und hier haben wir noch einen von Essens Kajal... Ach. Kajal... Pinch. So ein schönes Turquise. Ach. Ach. Da suche ich mir nachher was in Ruhe aus. Jetzt so in Stress und Eile muss ich das nachher mal in Ruhe gucken. Was ich schönes bin. Nehme. Und dann werde ich euch das zeigen. Genau. Dann habe ich hier noch eine Palette von Farb. Ist von Action. Es sind neun Farben drin. Das ist einmal die hier. Sieht schön aus. Die Farben. Ja. Schlicht und einfach. Aber... Ich liebe ja die schlicht und einfachen Farben. Weil man mal so schnell sein muss. Dann mache ich einfach solche schlichten Farben drauf. Und die hier finde ich auch sehr gut. Gerade wenn man Glitzer aufträgt. Wird ich mir auch wieder nochmal neue kaufen. Weil meine waren jetzt irgendwie weg. Wenn man Glitzer aufträgt oder die Farben mal nicht funktionieren. Dann einfach mal mit diesen probieren. Die gehen nämlich auch manchmal sehr sehr gut ans Auge dran. Dann habe ich manchmal auch welche mit dem Pinsel gar nicht drauf bekommen. Aber mit diesen Tool habe ich das einwandfrei drauf bekommen. Hat einen schönen Spiegel. Ja, die werde ich mal behalten. Die sieht gut aus. So, dann habe ich hier noch etwas drin. Hier liegt ein Zettelchen drin. Hier so was. Ein Zettelchen. Was steht da drauf? Hallo für jeden ein Lips Quips Tanja. Soll es Tanja heißen, glaube ich. Ja. Soll es, glaube ich, Tanja. Ja, oder? Doch, Tanja. Soll das halten. Ich hoffe, das heißt Tanja. Tanja. Ich möchte nicht verlesen. Doch, Tanja. Dankeschön, liebe Tanja. 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 Okay. Leg mal wieder rein. So. Das ist dann noch für die liebe Heike. Kaffee. Noch drinnen. Dann haben wir hier noch diese Kaffee. Die waren, glaube ich, aber von mir gewesen. Die wollte auch keiner haben. Mit Karamell. Jo. Dann kommen die wieder zurück. So. Jetzt haben wir hier noch schöne. Hier haben wir noch eine Tüte. Hier steht, Hallo Mädels. Mädels, für jeden ein Snack, Section, Pussy, Lisa. Okay. Guck mal rein. Entschuldigung für das Knispern. So. Was ist denn hier schönes drinnen? Alles das gleiche, glaube ich, oder? Ne. Andere Masken, nur okay. Okay. Also wir haben einmal so eine Maske oder eine blaue und hinten ein bisschen was zum Naschen. Welche Farbe nehme ich mir denn? Blau oder rosa? Ja. Stehen da? Stehen da? Stehen da? Ist das gleiche drin im Pink? Hm. Das eine ist für Energie, Elixir. Und das andere Dehydration. Ich nehme mir das blaue. Dankeschön, liebe Lisa. So. Jetzt kommen wir zu den, eine Closybox hier drinnen. Zack. So. Mal gucken. Die sind voll. Voll sind die. Warte mal. Ich lege das mal kurz zur Seite. So. Dann haben wir hier noch etwas drin. Ne. Das sind, glaube ich, solche von Catrice. Zwei Stück. Also Lidschatten. Hier sind jeweils 2,4 Gramm drin. Das sind einmal die hier. In so einem grünlichen Ton. Und einmal ist das, glaube ich, nur schwarz, oder? Einmal diese Farbe. Da wurde schon gezwatscht. Ich weiß nicht, ob das schwarz ist oder ob es eine dunklere Farbe ist. Ich will mal gucken. Ne. Das ist schwarz. Okay. Ne. Schwarz. Hm. Ich verliere gerade. Ne. Die gehen so schnell weg. Ne. Die gehen weiter. Die gehen auf jeden Fall weiter. So. Schon wieder hier reinlegen. Lass sie nicht kaputt gehen. So. Dann haben wir hier noch etwas von Sante Naturkosmetik. Limitierte Addition mit Soma Moring Schot. Duschgel. Okay. Biominz und Bioinwob. Erfrischend und belebend. Vegan. Okay. Okay. Biominze bekannt für ihre erfrischende Wirkung. Okay. Jetzt einmal das hier. Wir wollen mal schnuppern. Hm. Duschgel. Riecht gut. Also sehr gut. Kann ich echt nicht mehr gern. Ich lege es mal mit auf den Fleischhaufen. Ich entscheide dann zum Schluss, was ich alles schön behalte. So. Hier haben wir noch eine schöne Tüte. Zack. Oh. Nein. Hier ist eins kaputt gegangen. Ich weiß nicht, ob man das nochmal retten kann. Das Blaue ist rausgegangen. Ich lege es mal vorsichtig wieder rein. So sieht die Palette aus. Sehr schöne Farben. Die werde ich mir auf jeden Fall rausnehmen. Ich werde die mir rausnehmen, weil noch ein kleines Weiterwandern weiß ich nicht, ob die das überlebt. Deswegen bleibt sie lieber bei mir. Genau. Da werde ich die andere Palette mal gucken. Dann wieder reinlegen. Ja. Schade. Aber ich würde die jetzt nicht weiter wandern lassen, weil das Blaue ist so extrem draußen. Dann haben wir hier noch von Mini Holabin Fit. 4,0 Gramm. Was bist du? Ein Bronzer. Sweet Matte Bronzer. Bronzer. Matte Bronzer. Einmal der hier. Das sieht richtig niedlich aus. Auch das Öffnen. Das sieht einmal so hier aus. Ist eine schöne Bronze. Aber mir glaube ich ein Tick zu dunkel geht weiter. So. Dann haben wir hier noch von Catrice ein Multi Pore. 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 Nori Singblom. Meute Ritzen. Beauty Fix. Oh. Ich verstehe gerade in meiner Kamera. Entschuldigung. Ich gucke mal hinten, was es genau sein soll. Ein Limit Edition. Ein Limit Edition. Hier. Pflegende Balsam. Ach. Ein pflegender Balsam. Gucken wir mal rein. Das sieht auch richtig schön rosa aus. Ist auch noch komplett zu. Okay. Pflegende Balsam. Ist das jetzt für die Lippen? Pflegende Balsam. Ich glaube, viele Seiten pflegende Balsam. Ich lege es wieder rein. Geht weiter. Ja. Dann haben wir noch hier was von Glossy Box. Skincar. Nein. Serum. Ist ein Serum. Ein rosa. 50ml. Ähm. Erstmal was auf Deutsch finden. Okay. Serum. Muss ich mal nachschauen. Schaue ich nachher mal genauer an. Gucke ich mir das mal. Mal in Ruhe ein bisschen. Was haben wir hier noch Schönes drin? Was Kleines. Oh. Das sieht schön aus. von Loti. London. Um. Prä. Blush. Blush. 2,5 Gramm sind auf jeden Fall schon mal hier drinnen. Äh. 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 Magnesium. Nichts. Mensch. Ich zeige es euch erst mal das schöne Ding. Ich mache es auch mal auf. eine richtig schöne sind zwei von mir doch oben hell und unten dunkel sieht richtig schön aus schön edel ich werde jetzt noch mal gucken ob das wirklich doch ein plasch 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 sieht schön aus muss mich nachher entscheiden was ob ich den großen oder den kleinen behalte ich lege den erst machen vielleicht haben so seite so dann haben wir hier noch ein nagellack von catrice hier drin der wird auf jeden fall weitergehen dann habe ich hier noch von catrice ein gold effekt nil polish 03 marki karl allure die haben einen komischen namen was hat das hier für eine farbe 16 cloud 10,5 milliliter sind drin sind zwei schöne farben die hat auch richtig schöne glitzer drin muss man schütteln und ist so ein kräulicher grau oder blaulicher ton könnte das sein wird aber weitergehen dann habe ich hier noch etwas was ist das hier von note t das cremig lipstick ein cremiger lipstick in so einem rosa ton so kräftiger dunkler der wirklich so dunkel ist hier sind noch zwei feuerzeuge drin die werden weitergehen dann habe ich hier noch ein was du schönes von catrice ein brauer pro club pro was bist du kosmetik ja was bist du was bist du denn flüssiger braun 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 glaube ich für die augen braun zeichnet feine her haa haa ähnliche linien und führt keine lücken auf lang anhalten ist der hier bestimmt hier für die hier aber die welt mache ich nicht bleiben bei mir so dann habe ich hier noch von gos h 016 rot red steht jetzt hier drauf wasser puff ist das also wasser fest was bist du denn für die lippen oder zum kajenstück kajonen lippen lipplin ach lipliner doch jetzt habe ich gewollt lipliner das war ein bisschen versteckt der name dann habe ich hier von von essens das glaube ich auch ein 0 3 pauren brown für die augenbrauen stift ist das bestimmt oder so stift aber braun benutze ich nicht nicht ja nicht auf jeden fall wisch fest und lang an halt habe ich ein leider nicht habe ich gefunden hätte steht drauf einleiner Nee, aber einen Dunkel-Einleiner nehme ich nicht. Hier haben wir noch von Catrice einen Lippenstift. Oh, guck mal die Farbe an! Huh! Aber rot steht mir leider nicht. Was haben wir hier noch für einen von Catrice? Das ist ein sehr beauty-lip-balm. Oh, der sieht aber gut aus. Hm? Die Farbe sieht nicht schlecht aus. Bisschen zu präunig. Nee, der geht weiter. Nee. Das wird weitergehen. So, damit habe ich die erst noch rüberlegen. Zack, jetzt haben wir hier noch eine. So, da kam einmal das hier das Shampoo wieder zurück. Das Schöne, das wollte keiner. Das ist halt so einen geilen Duft. Oh, echt hammergeil. Aber wollte leider keiner. Dann geht's wieder zurück. So, dann habe ich... Das ist nicht auch von mir? Muss ich gucken. Ich glaube, das war von mir gewesen. Ich schaue nochmal auf mein Foto nachher dann. Und dann, wenn es doch meine ist, dann nehme ich es raus. So, das hier weiß ich auf jeden Fall, dass es meine war. Das Peeling. Das wollte auch keiner durchbögen. Dann werde ich das verwenden. So. Dann habe ich hier noch eine Maske von Sweet Mask. Von... Von... Von Action ist es die Maske. Die habe ich auch noch nicht getestet. Muss mal gucken, was ich schön jetzt noch hier drin lese. Von Schäden. Eine Luxusmaske. Eine Luxusmaske. Goldene Klamour. Aktiviert die Zähne für feiner den Teintron. Gold für alle Hauttypen. Das ist einmal diese Maske. Und dann habe ich hier noch etwas. Was ist das hier? Ähm... Von Isana. Ein Hyaluron Power Maske. Feuchtigkeits... Feuchtigkeitsarme Haut. Mit Hyaluron. 24 Stunden Hydro Intensiv Effekt. Ja, das klingt nicht schlecht. Das werde ich mir mal rausnehmen. Die hier. Ich weiß nicht, ob das hier zusammen ist. Aber eigentlich gehören die ja zusammen. Deswegen werde ich mir die mal zusammen rauslegen. Isana Rasierschaum ist einmal noch hier drin. Muss ich gucken, ob es auch von mir war. Weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber ich schaue nach. Kein Problem. Ich habe ja ein Foto gemacht. Und da werde ich ja sehen, was meine ist oder was nicht. Hier haben wir noch so ein... Ich habe einmal das hier. So ganz schön. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das für ein Duft... Müsste schauen. Oder ob das so ein Plasch ist. So zum Draufmachen hier so. Weil der glitzert ganz schön. Also Parfüm ist es auf jeden Fall nicht. Warte mal... Perfum mit... Perfum mit... Perfum mit... Fax und Body... Body... Simmer... Simmer... Duft... Duft. Okay. Muss ich nachher mal gucken, was das Schönes ist. Aber sieht richtig, richtig toll aus. Aber... Ist auch noch komplett zu. Hier. Ist auch noch zu. Ist das ein Pulver? Ja, das ist ein Pulver. Okay. Muss ich nachher mal genau gucken und mal übersetzen, was das genau bedeutet. Na hat ja Google. Google ist immer dein bester Freund. Muss ich nachher mal schauen. So, ich gucke nochmal, ob noch was drin ist. So, ich überlege gerade noch... Hm... Ich noch so eine Maske hier rausnehme. Das klingt nämlich sehr interessant. Gesichtsmaske... Mit... Ach, ich komm nicht auf den Namen, wie die heißen. Das steht doch hier hinten drauf, oder? Ja, Gesichtsmaske... Kaviar... Kaviar... Jetzt komm nicht auf den Namen. Kaviar klingt nämlich auch schlecht. Diese Maske... Die von Action, die sind immer sehr gut, finde ich, die Masken. Was sollten die eigentlich machen? Nährt und pflegt. Die Haut fordert... Fordert die Haut. Hinweis nicht auf... Irrentierte oder beschädigte Haut verwenden. Okay... Hm... Ah, nö, die geht weiter. So, ich werde jetzt gucken, was ich Schönes behalte und was ich wieder reinlege. Das zeige ich euch natürlich auch. Genau. Ja, und das Zwischwander-Paket ist sowas, ähm, die Sachen, die man nicht mehr braucht oder schon benutzt sind. Manche Sachen, außer wie Lippenstift, das muss natürlich neu sein, aber wie Deo oder dass man den Geruch nicht mag. Da kann man das mit hier reinlegen oder man hat hier so einen Rasierschaum, was ihnen auch nicht so gefällt oder was, ja, was auch jemand anderes vielleicht gebrauchen könnte. Hier sind auch manche neue Sachen drin, wie Lippenstifte oder Deko oder Essen. Ja, wir haben so unterschiedliche Sachen, schöne Dinge drin. Ja, wir sind auch ganz liebe, liebe Mädels drin. Wir sind einmal die Tanja, die Steffin, die Lisa, ich und die Heike. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Namen erwähnt. Genau, wir sind ja nur zu fünf. Wir sind ja fünf liebe Mädels drin. Ja, und ich werde jetzt gucken, was ich Schönes behalte. Und dann werde ich euch das dann zeigen, was ich behalte und was ich dann ein bisschen was reinlege. Ich zeige euch nicht alles, was ich reinlege. Das soll ja eine kleine Überraschung für die Mädels sein. Ja, genau. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, meine Lieben, ich habe mir jetzt was rausgesucht, was ich behalte. Also, ich werde zuerst das hier behalten. Dann werde ich mir den hier behalten, das Serum. Dann werde ich das Herz hier behalten und die Dinger hier für die Türe. Dann werde ich mir das hier behalten. Dann werde ich mir hier die Zweie hier behalten. Dann werde ich mir den hier behalten. Dann werde ich das hier behalten, die Maske. Dann werde ich mir von Gott 2B die hier behalten, weil die kaputt ist. Deswegen werde ich die mir behalten. Dann werde ich auf jeden Fall den Cappuccino hier behalten. Dann werde ich hier noch die Sand, die Duschgel behalten. Dann werde ich noch den Cappuccino behalten. Die Kuchen gefüllt mit Apfel werde ich behalten. Und zur gute zweiletzt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die behalten auch soll. Oder ob ich die weiter lasse. Da sind aber schöne neutrale Farben dran, in die ich gerade so lebe. und zwei, drei schimmernde und eins so ein orangenlicher Ton. Ich werde die mal behalten. Genau. Und den hier werde ich auch rausnehmen. Genau. So, dann habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, vierzehn, 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 fünfzehn, sechzehn Produkte rausgenommen. Und ich lege auch schöne neue Sachen wieder für euch rein. Freut euch. Ich lasse euch noch ganz doll Spannung drin. Ja. Es kommt auf jeden Fall tolle und schöne Produkte wieder rein. Freut euch, ihr Mädels. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das kleine Zwerchwander-Paket. Also klein, großes Zwerchwander-Paket. Oder schwere. Genau. Ich fülle jetzt neue Produkte wieder rein für die Lieben. Und ein kleines Geschenk für die Lieben noch mit rein. Ja. Genau. Ich sage Tschüssi. Bis zum nächsten Zwerchwander-Paket. Und jetzt geht das zu der lieben Heike. Genau. Zu der lieben Heike. Alice. Genau. Ich sage Tschüssi. Tschüssi. Okay. Allja. Both.